Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats in Salzach grüße ich Sie aus dem Chemiedreieck ganz herzlich. Die chemische Industrie, für die ich als Werkleiter des größten Chemiestandorts in Bayern stehe, war und ist durch die Pandemie in Deutschland vor besondere Herausforderungen gestellt. Es ist uns bisher gelungen, die Lieferketten auch in der Pandemie aufrecht zu erhalten, durch schnelle Reaktionen mit geeigneten Hygienemaßnahmen im Werk und durch ein gutes Zusammenspiel mit den Behörden und der bayerischen Politik. Trotzdem hatten wir im zweiten Quartal zweistellige Umsatzrückgänge zu verkraften. Für die chemische Industrie ist die weitere Erholung nicht vorhersagbar. Wir fahren auf Sicht und nutzen die Flexibilitätsoptionen wie Homeoffice oder Kurzarbeit. Dadurch vermeiden wir, dass die Unsicherheit der Marktsituation zur ständigen Sorge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze wird. Völlig unabhängig von der Minimierung der Folgen der Pandemie befindet sich die chemische Industrie aber in einem sehr harten globalen Wettbewerb, der durch protektionistische Einflussnahme einzelner Staaten unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Trotz all der einzigartigen Anforderungen, die an die Politiker zur Beherrschung der Pandemie gestellt werden und für deren Bewältigung bisher ich hohen Respekt zolle, appelliere ich an die Politik, wir müssen den gleichen Einsatz für die Zukunftsthemen bringen. Die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa müssen so weiterentwickelt werden, dass wir mit unseren Stärken weiter erfolgreich sein können. Für den Standort von Wacker in Burghausen heißt das hochkompetente Mitarbeiter, hohe Innovationskraft und hocheffiziente Produkte und Prozesse. Die chemische Industrie hat einen hohen Energiebedarf, mit dem wir bei Wacker, zum Beispiel mit Polysilizium für Solaranlagen oder speziellen Silikonen für die Wärmeableitung von Batterien, wesentliche Beiträge für die Bewältigung der Folgen des Klimawandels leisten. Die Energiekosten müssen verlässlich unter 40 Euro je Megawattstunde sinken. Die Transformation der Industrie in Richtung CO2-Neutralität erfordert enorme Investitionen seitens der Industrie, die nur mit massiver Unterstützung durch die Politik gelingen kann. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir sehen es am Beispiel Wasserstoff in unserem Landkreis. Selbst mit Fördermitteln für die vielen innovativen Ideen zur CO2-Reduzierung ist ein Business Case, der sich auch rechnet, schwierig darzustellen. Notwendig ist es auch, bürokratische Hemmnisse wirksam abzubauen, Planungsverfahren zu straffen sowie neue einseitige Belastungen zu vermeiden. Industriepolitisch wirksame Impulse sind notwendig, gerade jetzt. Um wirtschaftlich nicht nur aus der Krise zu kommen, sondern wieder auf einen Wachstumskurs einzuschwenken, brauchen wir eine intakte Industrie, die es überhaupt erst ermöglicht, die Innovationen und Investitionen zu mobilisieren. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Auch in Zeiten, in denen die Anspannung mit Blick auf erneut spürbar steigende Infektionszahlen wieder zunimmt, macht der weltweite Wettbewerb keine Pause. Wirtschaft und Politik müssen gemeinsam an diesem Zukunftsprogramm arbeiten. Die chemische Industrie in Bayern und in Deutschland sind es auf jeden Fall wert. Vielen Dank.